Jetzt sind sie drauf. Jetzt sind sie im Fernsehen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Nördläcker Landenzentrum. Wir präsentieren die Mocken-Ole für Herbst und für Winter 2011-2012. Mein Name ist Darmte-Ole und bei Ehrlich, das geht ja ganz verdammt schnell in die Temperatur. Wir haben von Prager, wirklich T-Shirt-Better draußen, 22,25 Grad schmaler Sonnenschein. Jetzt haben wir inzwischen Nachtfurcht. Also ich finde das Nachtfurcht war, aber trotzdem, das ist doch ein zweiter Zeitpunkt, wo wir uns Leute zeigen können. Wir wollen ja schon im Schulraum, gerade Kuschelgebogen, das ist der Kuschelgebogen, in dieser Show in der letzten halben Stunde, Ernstic's Family. Das ist so das Geschäft für die ganzen Familien, das ist ein Geschäft für die ganzen Familien, für die Kinds. Also Spinako ist, die wenigst alle, ich weiß nicht, ob ihr so es einfach schon mehr hältst. Das gibt es bei Ernstic's Family Gina und Gino und Gina Bellotti. Das sind Juni-Kollektionen für Frauen in der Familie, auch für Juni-Frauen und auch Wolle. Das ist in diesem Jahr ein ganz, ganz großes Thema. Ein Riesenthema, insgesamt in der Fashion, aber auch bei Ernstic's Family. Wir wollen das präsentieren. Ich freue mich gleich über eine riesige Ausflugung von Wollens von Wollens und Fashion Shows und wünsche viel Spaß mit Ernstic's Family. Diese Modenschau wird Ihnen präsentiert von Wollens und Fashion Shows. Direktet bei Jinxia Loni. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich bin immer zu, ich glaube, es muss mir ganz viel definieren. Aber jetzt war's noch ein homework. Ich bin immer über eine Töne. Ich bin immer auf eine Töne. Ich bin immer wenn man über einen töne. Ich bin immer bei mir. Wie soll ich denn in der Zeit gut sein? Wollt ihr noch es wie? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus ... 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